Das ist der Carsten. Der Carsten arbeitet bei WIRT als Systemadministrator. Und das ist der Udo. Udo arbeitet bei SVA und leitet das IBM Power Team. Auf den ersten Blick würde man das vielleicht nicht denken, aber die beiden haben einiges gemeinsam. Denn Carsten und Udo arbeiten zusammen an den wichtigen SAP-Systemen von WIRT. Und damit die optimal laufen, kommen diese IBM Power E1080-Server zum Einsatz. Weil man in die Maschine nicht reingucken kann, hat Udo uns das Herzstück, den Power 10-Chip, mal mitgebracht. Dank diesem kleinen Wunderwerk der Technik können tausende von WIRT-Mitarbeitern täglich gleichzeitig auf den SAP-Systemen arbeiten. Und das ist noch nicht alles. In 2023 hatten sie noch etwas gemeinsam. WIRT ist die weltweite Nummer 1 für Montage- und Befestigungsmaterial und SVA der weltweite Nummer 1 Business Partner für IBM Power geworden. Glückwunsch an WIRT und an SVA für diese tolle Leistung. WIRT und an SVA für dieses Geldes WIRT und an SVA für das Programmier cukrisch. Das war sehr gut. WIRT und an SVA für diese Idee. WIRT und an SVA für Das Programmierし